Moin Leute, hier ist euer Lexplay Basi, ich fang heu, fang heu, mei Ich fang heu, mei Ich fang heu, mei Ich fang heu Ich fang heu Ich fang heu, mei Ich fang heu, mei Ich fang heu, mei In Lack, Dorn, Kementus, I am. Servus. Servus. Man, sich mal vorstellen von meinen Fans. Ich bin dort, wo den Katzenteil führt. Ich habe da jetzt gerade erst angefangen. Ich will das erst mal weiter verursachen, dass ich will. Ja, okay, ich gehe meistens. Ja. Soll ich dir die Stadt zeigen? Gerne. Wir haben ein zweites Auto besorgen. Gut. Schönes Auto. Danke. Ich habe gestehen, dass du noch nicht viele Fahrzeuge hast. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich auch erst einmal B2 haben. Okay. Weil B2 ist ja jetzt schon sehr klein. Ja. Ich werde mir dann auf jeden Fall einen Kredit holen. Ja. Also nicht. Gibt es da mehr die Bankangurten? Ja. Momentan der Bürgermeier, dass die Bank übernimmt, bis einer für die Bank da ist. Mhm. Hier ist eine Verkaufsstelle. Ja. Du kannst ja alles, was du anziehst und abziehst, dahin bringen. Oder auch dem Land B2 war. Ja. Ja. Ich weiß nicht, dass es lange gedauert hat, bis es so richtig gestanden ist. Soll ich dir da ein bisschen Hilfe haben mit Baumaschinen oder so? Also gut. Also gut. Erstmal nicht. Später, wenn mir die Aufnahme vorbei ist. Hier sind wir. Hier sind wir. Da, da ich Feuerwehr klingeln. Hier. Schaut gut aus. Bisher ist nur eine Feuerwehr. Weil ich... Momentan... ...nur eine habe. Bekommen habe. Dann nur leihweise. Und hier hinten. Leise. Na ja. Ganz passend wird das aber jetzt nicht. Da in die Polizeiwagen. Und hier hinten in der... Da waren die extremsten Leute. Dann... Ein... Das ist das... Besprechungsraum. Mhm. Hier... Hier ist der... der einzige Punkt, wo die neue... Dorfbewohner hinkommen und sich anmelden. Mhm. Schaut gut aus. Hier ist ne gut. Die retten Herren und Damen. Ja und noch ein Fernsehen mit Kausch. Da sind... Da sind... Aufzüge. Guck mal, die benutzen. Ja. Geil. 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 Vielleicht ein bisschen hüttlich. Aber... Ähm... Ich war da gerade kurz in der Decke. Geil. Haben... Haben... Da... Die Aufzüge... Da... Ich lieber die Kreppe nehmen, als wir die Aufzüge. Die Aufzüge sind noch nicht so... Gut. Und hier ist der... Plan, wo alles ist. Geil. Ja... Wir haben hier auch in der Gemeinde Elapa. Auch eine Buchhandlung. Ein Planungsschutz. Vielverwohnung. Geil. 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 Mmh. Mhm. Das wird jetzt auch nicht so schlimm sein. Und hier ist der Brandschutzprüfer und der Gemeindebranding. Hier ist der Tankbüro, der dann für die Feuerwehr zuständig ist. Kann man da Licht anmachen? Ja. Da. Fasten wir dann wieder warm. Ja. Oder schon mal irgendwo irgendwas anders. Ja. Ja. Ich zeig dir ja mal noch beim Privathof. Und momentan noch nichts. Ja. 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 Und hier kommen dann ein paar, die ein Stall ist, und hier kommen halt kein Gefahrzeuge rein, wenn ich irgendwann mal welche bekomme, von Nachbardorf, und dann der Nachbardorf von Alaba ist Oberbayern, und hier auch noch eine Garage mit Werkzeugbanken, und da hinten ist auch noch eine Garage, die wird das auch noch ausbauen, und wir schauen, ob bei mir in meinem Hof noch ein Mitarbeiter noch kommt, und ich war vorher auch in einer anderen Gemeinde tätig, dann haben sie so viele Erfahrungen, oder? Ja. Hier noch ein Hof. Das ist gut. Also ab dieser Seite finde ich mich da zwar schon aus, weil wir haben da Verwandte, aber so wirklich doll noch nicht. Hier kann man auch, hier ist auch noch ein Hof, und da kann man auch, da kann man Schweine hineintun. Kennst du argentinische Schweine? Äh, ja. Da kann man da rein tun, aufzüchten, und dann für weiterarbeiten. Hier haben wir eine große Weite, eine große Weite, mit Wiese, und, ja, und noch ein Silo für Verkehr für die Schweine. Ja, gut. Eigentlich ist es für den nächsten Weg gar nicht. Auch Fahrzeuge rein, ein Hühnerstall, und Wohnhaus, und da wohnen andere Leute. Deswegen. Ja. Juhu. 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 Aber ich glaube, die sind auch schon weg. Ja, die haben wahrscheinlich wieder alles verkauft. Ja, der Hof auch zu Verkauf. Und ja, da gibt es auch gesteig bei den anderen Höfen, außer da noch bei dir hoffe ich, dass man da eine kleine Biogasanlage ist. Und nebenan kein Felder und Nick weist in die Stadt rein. Und ja. Oh, das sieht so gut aus. Morte! Ja. Ja. Musik 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 Es gibt keine 2 in ein paar Calendar Hier es gibt Feuerwehr Aber die wird nicht mehr benutzt weil die schon alt ist und deswegen haben wir jetzt da eine neue hier hier ist auch noch ein glashaus da kann man essen und da ich hab da auch schon gegessen da ich das essen sehr gut und hier gibt es einen supermarkt hier ein Friedhof Sägewerk und hier noch ein Hof ja das ist fast das gleiche wie bei den anderen Höfen aber hier auch noch eine Biogas anladen und hier halt noch eine Gemeinde und dann direkt weiß wo die Gemeinde ist und ich muss mir auch mal ein Autokopper ja und und ja jetzt war es mit dem Video und habt ihr heute das Nick Tee sag mal tschüss zu meinen Fans tschüss und wenn gefallen hat das Video lasst einen Daumen hoch und ich wenn ihr meine Fans Bock habt mitzuspielen ich lasst da ein ich tu da einen Link leihen und ja und tschüss und zau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal